Wartet Leute, es gibt eine Poolgebühr. Das macht 100 Mäuse. Danke. Kommt rein. Ich liebe dieses Geschäft. Chad, du hast uns abgezockt. Gib unser Geld zurück. Wow, ich liebe diesen Ort. Chad, nimm meinen Koffer. Sehr gerne, Lindsay. Christy, kannst du unsere Sachen reinbringen? Warum muss ich das immer machen? Was für ein mieses Hotel. Wo ist der Manager? Leute, kommt zu unserem Super-Yoga-Kurs. Wow, sieh dir das an. Das ist das Beste, was deinem Körper passieren kann. Du wirst es nicht bereuen. Was? Es kostet 1000 Dollar? So viel Geld haben wir nicht. Nein, Touristen sind heutzutage völlig pleite. Wie schade. Wir müssen irgendwie das Geld auftreiben. Chad, bist du dabei? Wir werden alle zusammen Geld verdienen und zu diesem unglaublichen Yoga-Kurs gehen. Klingt super. Abgemacht. Los geht's. Ich habe ein Signal. Das ist mein Lieblingslied. Nein, es geht da lang. Ich habe eine neue Geschäftsmöglichkeit gefunden. Das wird genial. Zuerst verstecke ich alle Lieben. Und jetzt warte ich auf die Kunden. Hey, wo soll ich liegen? Kann ich dir helfen? Ich stehe dir zur Verfügung. Du kannst dich auf mich verlassen. Nur noch ein bisschen. Bin gleich fertig, Chad. Dieser Job ist schwieriger, als ich dachte. Könntest du endlich aufhören, dich hin und her zu wälzen? Danke. Das war sehr praktisch. Ja, das war das Geld wert. Hey, Kumpel. Ich brauche auch was zum Liegen. Oh nein. Bitte. Ich bezahle dich, wenn du von mir runter gehst. Okay. Dieser Job ist nichts für mich. Heute ist der erste Tag, an dem ich am Strand arbeite. Es wird toll werden. Es ist ein Traumjob. Ich laufe in Zeitrufe und rette Leute vor dem Ertrinken. Schwimm nicht den Quallen hinterher. Hey, Lindsay. Wach auf. Hier ist ein Stock und eine Tüte. Du musst den ganzen Müll am Strand aussammeln. Das sieht nicht nach einem Traumjob aus. Was ist das? Wow. Ich habe einen echten Schatz gefunden. Endlich bin ich reich. Ich kann mir die ganze Insel leisten. So viel Geld. Hey, Schatz. Du hast eindeutig einen Sonnenstich. Du musst eine Mütze tragen. Sonst musst du wieder den ganzen Müll aussammeln. Oh nein. Es war nur ein Traum. Ich werde jetzt schwimmen gehen. Wow. Der Sand ist ja glühend heiß. Wie komme ich ans Wasser? Das Strandtaxi steht dir zur Verfügung. Steig auf und ich bring dich im Handumdrehen zum Wasser. Bin gut. Oh, oh, oh. Wie heiß. Puh, da wären wir. Der Zähler zeigt 100 Dollar an. Danke. Und viel Spaß beim Schwimmen. Wahnsinn. Aua. Es ist zu heiß. Oh, mein alter Freund. Kannst du mich mitnehmen? Oh nein. Okay. Da wären wir. Hey. Was ist mit dem Geld? Ich glaube, ich sitze hier fest. Wer hat Lust auf eine Massage? Nein? Na gut. Hey du. Willst du gerne eine Massage haben? Ja? Dreh dich um. Super. Kreuz und quer. Apfelmus. Spin. Die rumkrabbeln. Hey. Ich kann nichts spüren. Strenge dich mehr an. Okay. Kein Problem. Hey. Hi, meine Schöne. Feedback. Auffnasium. Was für ein netter Typ. Mein Arm. Sei vorsichtig. Willst du mich besser kennenlernen? Ja, gerne. Übrigens, ich bin noch zu haben. Hör mit der Massage auf. Hey, wo willst du denn hin? Er meint also ein anderes Mädchen? Ups, mein Kunde. Bist du noch am Leben? Das ist ja die reinste Feuter. Ich werde deine Beschwerde bei der Verwaltung einreichen. Würdest du bezahlen? Auf keinen Fall. Ich wünschte, ich könnte Geld auftreiben. Wow. Neptun hat meinen Wunsch wahr werden lassen. Ich bin jetzt stinkreich. Sieh mal, wie viel Geld ich habe. Die Ernst hat wohl ein Sonnstich. Ein Bild in einer Sandskulptur für umsonst. Probiert es aus. Wer will ein kostenloses Bild? Ich will eins. Klar, eine Meerjungfrauenform wartet auf dich. Genial. Leg dich hin. Du wurdest geboren, um eine Meerjungfrau zu sein. Lächeln. Wahnsinn. Das wird bestimmt eine Million Likes geben. Fertig. Wenn du willst, dass ich dich aus dem Sand grabe, kostet das 10 Dollar. Was? Nein, das ist der Betrug. Ich kann mich selbst aus dem Sand befreien. Bist du sicher? Na gut. Wie wäre es mit einem Extra? Ein Schlangkuss. Eine Schlange? Hilf mir. Grab mich aus. Sofort. Bitte. Schnelles Ausgraben kostet 100 Mäuse. Ich gebe dir das Geld. Na los. Mach schon. Hab ich mir schon gedacht. Ja. Ich habe etwas gefunden. Ich muss tiefer graben. Hey, Manager. Ich will einchecken. Das ist meine Chance. Hi. Ich kann dir einen luxuriösen Platz direkt am Strand anbieten. Der Blick aus dem Fenster ist atemberaumt. Gefällt es dir? Es kostet 300. Wow. Ja, ich nehme es. Folg mir. Vorsichtig. Pass auf deinen Kopf auf. Wir sind fast da. Ist nicht mehr weit. Tada. Wir sind da. Was? Wo ist die Unterkunft? Du hast es mir doch versprochen. Okay, ganz ruhig. Ich werde dir alles zeigen. Das ist ein gemütliches, umweltfreundliches Bett. Das ist ein Waschbecken aus Naturstein. Und hier ist der tolle Blick aus dem Fenster. Genau wie auf dem Bild. Was? Das ist Betrug. Ich gehe jetzt. Und gib mir mein Geld zurück. Was soll's. Bye, ihr Schönscheine. Wer will eine Stranddusche? Nur 10 Mäuse. Was? Ist die Dusche kaputt? Für 10 Mäuse kann ich das übernehmen. Genial. Ups. Wir haben kein Wasser mehr. Warte ganz kurz. Bin gleich fertig. Das war's. Wir können weitermachen. Die Dusche hat also die ganze Zeit funktioniert? Weck da, du Wasserbetrüger. Ein Foto. Hi, du. Hey, der Junge hat meine Fotos ruiniert. Das gibt's ja nicht. Du schon wieder? Spiel woanders. Nochmal. Das soll wohl ein Scherz sein, du kleines Ungeheuer. Mir reicht's langsam. Deinetwegen hab ich kein gutes Foto von mir. Hi, ich bin dein professioneller Fotosicherheitsdienst. Super. Dieses kleine Monster ruiniert alle meine Aufnahmen. Sag nichts mehr. Ich kümmere mich darum. Das Kind muss hier weg. Endlich. Jetzt hab ich endlich ein vernünftiges Foto. Bist du zufrieden? Mein Service kostet 100 Mäuse. Aber ich hab kein Geld mehr. Danke für deine Zeit. Reicht das? Oh ja. Hey, wo ist mein Anteil? Sie hat mit einem Kuss bezahlt. Pech gehabt. Das ist unser nächster Kunde. Los geht's. Wenn ich viele Drinks verkaufe, werde ich im Schloss des Luxus leben. Reiß dich zusammen, Lindsay. Ich kann es kaum erwarten, bis die Kunden da sind. Hey, kann ich ein Drink haben? Klar. Schon unterwegs. Danke. Wollt ihr auch was trinken? Kommt sofort. Danke. Sehr gerne. Was ist mit den Drinks? Alle wollen etwas trinken. Okay. Ich mach das schon. Wo sind unsere Drinks? Oh, da sind sie ja. Danke. Noch ein Drink. Und für mich. Und für mich auch. Macht mir ein Drink. Ich hab was Besseres für euch. Mädels, wer hat Durst? Mh, lecker. Perfekt. Danke. Hier ist das Geld. Kommt bald wieder. Schwimmzubehör zu verkaufen. Eine große Matratze. 100 Mäuse. Ein kleiner Ring. 10 Mäuse. Entschuldigung. Was hättest du gern? Eine teure Matratze? Nein, ich hätte gern den 10 Dollar Ring. Gut. Du willst es ja so. Kaufe günstig. Kaufe zweimal. Sag bei zu deinem Schwan. Puh, ich hab es geschafft. Der günstige Ring ist kaputt. Okay, gib ihm die teure Matratze. Danke, dass du bei uns eingekauft hast. Kauf deine Matratze. Wow, da ist etwas. Ich grab weiter. Dann lass uns mal erzählen, was wir haben. Ich hab 200. Ich hab 30. Das reicht nicht für Yoga. Lindsay, sieh mal da drüben. Wow, was ist das? Leute, seht euch an, was ich hab. Was ist da drin? Ich hab einen Schatz ausgegraben. Jede Menge Geld. Wow, Christi, jetzt reicht es für den Yoga-Kurs. Was ist das da? Meine Yoga-Stunde ist kostenlos. Verschwinde. Hey, Leute. Habt ihr Lust, bei mir Yoga zu machen? Mädels, wir haben es geschafft. Juhu. Hgew. Danke, wunderbar. desires Anything. to. Puh. Jingle. Cheers. Immobilie.